Ja! Aufgabe? Er hat mich anvisiert, das finde ich überhaupt nicht lieb. So, komm mit gleich. Ich bin ja eine große Hilfe. Lass dich mir nicht ein, ich ne. Ne, 102 ist der ja. Ja, ist das nicht schön? Ne. Ne, irgendwas hat da jetzt einen Fehler. Ob das nicht auch so ein bisschen eine Cheater sind, weißt du? Ne. Ja, I ride this little pig, die sitzt schon um, Alter. Das ist nicht funktioniert, aber. So. Die Mary Jane, ja, das ist ein Österreicher, ja? Die geht voll ab, Alter. Ich glaube, ich bin neu verliebt. Der hat einen Hammer oder was, gell? Ja, einen kompletten. Ich muss da weg. Ah, ich kann nicht beitreten. Ja, Alter! Ah, Gott sei Dank. Ich werde da damit streiten. Auwe. Aber es ist nicht viel passiert. Das ist nicht viel passiert. Japan Deck. Leider hat das Geogepeirte empfangen. Nehmen wir gleich alles an, da. Äh, Gildenkarte. Alter, ich kriege... Wenn ich nicht bin, kriege ich nur. Das ist ein Wahnsinn. Das ist aus mir gegangen. Alter, ich trau... Ich weiß nicht. Uah. Die Hosen. Ich habe einfach nur Schiss, dass ich da verrecke. Ich finde... Probieren wir es nochmal. Beitreten. Ne, jetzt ist dein Lobby voll. Du bist jetzt noch eingestiegen. Ja, hab ich auch gut. Alter. Ne, jetzt ist es wieder weg. Da hinbeitreten oder so? Jawohl, schon. Oder auch nicht. Jawohl! Der Epp Rider! Der gute Gott! Super! Der stirbt mit oder dreimal und dann haben wir's. Ich reiß mit zusammen. Ich komme nur... Mary Jane, mach das doch! Ich muss ein Ende finden. Wo ist denn? Ich muss weg. Ich sehe ihn nicht einmal, Alter. Er ist irgendwo. Die Hamilationen rein. Wie es hier mal nehmt bin ich überhaupt, Alter. Jaaaa! Immerhin! Ist er hin? Nein, das wäre ja... Schot! Ich komme nur looten! Alter! Ich gehe gleich an. Da... Mehrstoffe sind alles voll. Ja, passt. Alle... Megatrank ausrüsten gleich. Eieieiei! Eieieiei! Die Sitzung beigetreten. Ich muss da looten. Ich muss da looten. Weißt du... Ich hab's schon gesehen. Du... 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 Wie schafft denn der das? Ja... Der ist 102, der schafft alles. Ja... Ja, jetzt kann man schon gehen. Ich muss da weg. Ey, du musst glaub ich unter ihm stehen. Und dann ist er am besten geschützt. Nein, du... Kommt mir also vor. Weil du bist geschützt, ne, von den Füßen, ne? Von seinem Schwanz bist du geschützt. Von seinem Schädel, ne? Ah, da liegt was. Ich schieße die ganze Zeit an, mit dem Ding geklumpelt. Habe. Hoppala. 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 Das fängt überhaupt nicht gut. Hoppala. Das war ja nicht gut. War ein Megatrank. Wann is'n der Schwanz ab? Wann is'n der Schwanz? Ja, er muss ja irgendwie hier mal was verlieren. Awe. War ein Megatrank. Ah, der liegt ja. Scheiße. Ich muss da trinken. Geh weg von ihm, Alter. Steh auf! Du dummer Hund, Alter. So deppert sich anstellen darf. Hör auf zum Schreien da. Ja, ja. Das Schwanz ist weg. Ich hab's da angeschlagen, du Sau. Und als nächstes hol' ich mir deine Mama. Scheiße, ich muss weg. Ja, ja. Die Mama muss warten. Schön wär, wenn er einfach mal verschwindet. Ja, ich geh mal looten kurz. Ja, schön. Ist sie ausgegangen? Hast du ihn gekriegt, ne? Vielleicht haut er sie ab. Ja. Ja. Ja, ich bin einmal weggegangen. Das war wichtig. Ich schmeiß mit den Sternen an. Ja. Ja. Ja, hat weh? Ja, jetzt ist er feilig. Jetzt ist er feilig. Warte mal, da ist irgendwas gewesen, oder? Da ist ein Räder vorhin und da nicht mit Drachen. Nein, das ist nicht mit dem Rücken. War da Schuppen irgendwo? Weiß man. Oh, da ist er. Da. Na ja, gigantisch, wenn's, Alter. Leck mich am Arsch. Wie schaut denn der aus mit Niergesen? Was? Na ja, immer schön bergerweiten. Vorsicht, Herr Korver mal aufwälzen. Na ja, stimmt auch. Wo Spuren vor dir? Da ist nicht mehr noch mit. So viel Zeit muss sein. So. Bist du der Teppertöller? Das ist ja... Ja, ja. Der hat sich ein super Equip. Das brauchen wir dann. Na, müssen wir kopieren, gleich. Copy-paste. Ja, kann nicht so schlimm sein, oder? Na ja. Ich sag dir auch, der hat das komplette Knochenset gehabt, ne? Durchmarschiert da. Müsst du mir nochmal anschauen, was das die Werte hat, oder so. Ja, der wird jetzt halt voll ausgepowert haben, ne? Eine Juwelen, oder was? Einen hohen Angriffswert hat's. Weil er schläft. Ja, das heißt, der muss schon schön kriegen. Warte, ich hab Fassbombe. Das ist gut. Mega-Fassbombe. Ne, hab ich vergessen meinen Pocken, siehst du. So, oder? Ich schiesse drauf. Ach du Scheiße! Das Hähntl ist schon geflogen, Alter. Das hat er gefeiert, geil. Das Hähntl hat er schon verloren. Er ist ein Rölpser da. Ich müsste den Reggae mitnehmen nochmal. Das nächste Mal, das nächste Mal. Ja, jetzt ist er durch die Mauer geflogen, oder? Kann das sein? Bist er schon fertig? Wo ist er? Da hinten. Der ist durch die Wand da durchgeflogen, Alter. Ich glaub, der ist böse. Er ist ein Cheater, ein Warhacker. Ja. Hoppala. Aber es schaut gut aus, gell? Ja. An manchen Tagen. Jawohl, siehst du? Lass uns ins Lager gehen. Scheiße, gell, ne? Die Fassbombe hat ihn kaum eingestellt. Ja. Aber jeder hat ihn hingestellt. Alter. Ja bitte, aus. Nehmen wir raus. Ja. Bester Typ. Drachen... Unsterbliche Drachenschuppe. Ja, hab ich jetzt auch. Ne, gigante Kralle. Also, liegt da noch irgendwas? Unsterbliche Drachenschuppe? Ist da noch irgendwo was? Nein. Weiß nicht, schau grad. Schau, schau ihre Antitanz. Ist sie nicht lieb. Ja, Alter. Was bist du für ein Monster? Japan-Tech hat mir ein Ding eh mal da empfangen. Ein Watschen, gell? Nein? Gilt denn quasi? Nein. Jetzt wurde er da noch. Ich hab dir ein Gigante erledigt. Ja. Allein. Ganz allein. Oh. Oh. Ja, der wahrscheinlich kriegt so ein Material, ne? Oh. Große Belobigung. Ein Ticket für Beweise. Große. Gutes. Hm. Drachengild ist der Knochen. Blut, Blut. Hm, Blut. Und ein Juwel. Schleichjuwel. Schleichjuwel. Schleifte. Oh. Wahey. Das heißt nichts Gutes. Ne, nix ausständiges. So, was haben wir noch gekriegt? Große Belobigung. Aha. Feenstein haben wir wieder. Blutkristall. Das ist eine gigante Nachwachsplatte, alter. Jaaa, Wertermittler, das haben wir gekriegt. Geologie-Juwel 1, Geruchs-Juwel 1, super. Ja. 4.500, Jäger-Rang 14. Besser geht's kaum, okay. Okay, wir haben wieder eine Errungenschaft. Okay, Rüstung, jetzt haben wir eine Verbesserung, okay. Das sind neue Safari-Orte. Ne. Ja, eben ein. Ne. Kommandant, also. Ausdämpft. Und jetzt kommt die ganze Kacke. Jetzt kommt der Kommandant. Hört am Arbeiten. Viel Glück. Okay. 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 Geologie-Orte. Und jetzt kommt die Kacke. Weil, wenn wir das mal rausken, machen wir, das ist ja, wir müssen. Ja. Kann ich in die Frage gehen? Denn ich messehleisch? Kann ich in die Brief oder nicht. Ich bin drauf. Die sind die Kacke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Unten die Rüstungsdämpfe. Könnte ich machen. Halt nicht alles, ne, aber die Auswahl. Das ist ja klar. Aber es schaut auch arg aus, Alter. Ja, ich schätze, wir haben jetzt einen Auftrag, dass wir den Farmern werden... Nja. Wir werden irgendein Equipper mal brauchen wieder, ne. Das hat das Vierer... Talisman, mal schauen. Warte mal, Talisman. Oh, der fängt noch einen leichten an. Spähkäferreichweite. Gelehrter. Oberset. Oberhelm. Damaskus. Also auf eine bessere Mude schauen. Waffe. Ja, ich hätte schon das... Monster. Hartknochen. Oh, die drei Stück noch. Könnte ich mal in Waffen weitermachen. Eieiei. Regeniert Gesundheit, solange du kontinuierlich ein Monster angreifst. Alter. Das ist ja geil. Kriegst du immer Leben zurück, wenn du aufs Monster drauf hast. Nö. Erhöht deine Affinität um 20% wenn aktiviert. Höchstmacht. Angriffsboost. Angriffsboost. Ah ja, das ist ja klar. Angriffsboost plus siem. Was? Was hast du gesagt? Angriffsboost plus siem. Ja, Alter. Alter. Alter, das... Angriffsboost plus 21 Affinität plus 5%. Hätte ich, wenn ich Punkte vorteile, ja, durch die Waffen oder was? Ich check's nicht ganz. Alter, Aufhetzer wäre auf 4, Ausdauererholung auf 3. Das wäre ja alles auf Maximum groß bis auf Aufhetzer. Erhöht die Affinität um 15% und verbessert den Angriff um 20 Punkte wenn aktiviert, Alter. Erhöht Angriffsboost auch nicht, wenn große Monster wütend wären, ja, Alter. Ausdauerhöchstmacht. Erhöht Affinität, wenn der Ausdauerbalken voll ist, Alter. Das ist ja voll auf Krit ausgelegt. Was für ein Set war das? Das ist das Dings, das Nährgigante. Ach so, okay. Das würde ich echt, Alter, dann würde ich mir sogar die Krit-Waffen dann machen. Talismane, Alter. Was haben wir denn da? Zora-Mark-Boros-Shoppe? Dann Messer. Spähkäfer rein, Alter. Geleert. Ach so. Standardboost. Was macht Standardboost? Was macht Standardboost? Was macht Standardboost? Was macht Standardboost? Erhöht die Kraft vom Standardboost? Erhöht die Kraft vom Standardboost. Macht alles. Ich meine Höchstmacht. Oh! Na, Gigante haben einen und so. Braucht er es dafür. Jetzt war da mal Höchstmacht Aufhetzer. Jetzt müsstest eigentlich schauen, was der Helm hat. Dann könntest. Dann könntest. Der Helm hat Höchstmacht und Angriffsboost. Wenn du jetzt dann hergehst, den Helm austauscht gegen den Doktor König Augenklappe. Nja. Dann könntest du das Ding anlegen, die Ketten. Dann hättest du die Höchstmacht trotzdem auf Stufe 2, weil du die Ketten hast. Nja. Dann könntest du den Schwächevorteil dazu holen. Oder du könntest den Höchstmacht auf Stufe 3 bringen, was noch geiler wäre, glaube ich. Weil Höchstmacht ja erhöht die Affinität, wenn der Ausdauerbalken vor ist. Um 20% auf 3, um 30%. Das ist... Das ist schon geil. Das tut einfach. Das ist heftig. Ja. Und was kann ich verbessern? Mein Pimp ist eh da. Mein Pimp ist eh da. Das kann man ja upgraden. Ja. Ich schau gar nicht rein. Ich muss jetzt Expedition machen, glaube ich. Da unten ist ja noch etwas gewesen. Ah, Stufe 8 verbessern. Naja. Was ist jetzt mit der Waffen? Da muss ich mal schauen. Da tut sich natürlich auch einiges. Wo ist denn die? Da hinten. Und der Kommandant da. Ach, noch ein Stecher. Hey. Auf 528. Dann hätte er ein Slot. Mit Tomaten habe ich nicht. Äh, der Baum. Vormachtklinge, äh, 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 äh. Das ist, ist das gegen die Drachen Ältesten, oder? Konzern, ja. Weiß dich zusammen, okay? Angriff 561. Affinität nur Drachen 40. Verteidigungsbonus 20. Ist okay. Also er muss jetzt um mich zur dritten, gell? Drachenknotenstecher. So trifft man sich wieder. 627, der Nergelräuber. Hm, ja. Das ist dann auch schon. Der geht sogar noch um einen Stufen höher. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Drachen90, alter Schwede. Der Kululai Kupa. Ja. Ja, und dann... Geh' ma Jagras verschlagen. Der hätt Affinität 20, alter. Und Wala 60 bist dat. Da fölh' hat mich nicht einmal so viel. Ja, Gigante gerade. Schnabel vom Kululai Kup. Uragankiefer. Hm. Wurde. 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 Angriff 627. Affinität 10%. Da baue ich Rathian Stachel plus 5 Stück. Rosa Rathian Schuppe hätt' ich so vor. Rathian Rubin. Alter, jetzt brauchst du die. Das sind die Rubine. Und jetzt kommt der jetzt zu meinsatz. Da brauchst du das. Aber die ist geil, weil sie halt Gift hat. 627 und 10% Crit und 330 Gift. Die vom Knochenbaum hat einen Schlaf 90. Rachen ältesten Knochen, alter. Pfff. Das ist ja das. Bis Rampo-Messer der eigentlich. Der Batzl-Spatter. Der hätt' halt Explosion. 5-1. Aber wieder Minus-Crit. Also wenn, dann würde ich jetzt halt natürlich durch das Equip auf Krieg gehen. Das ist egal. Aber da brauch ich Sachen, alter. Oh ja. Ja, da ist jetzt. Da kannst du jetzt Farmen. Zora Magda rausbauen. Da ist da immer nix dazugekommen. Alter Schwede. Viel Erfolg. Na, den hat er 528. So. Ich hab jetzt die ganzen Quests angenommen, ne? 561. Ja, ich werd jetzt zuerst mit dem Hund rausgehen. Ja. Dass ich das weg hab und dann kein Mann hat. Weiß ich nicht. Ja. Ja. Am Haufen zocken. Ich schau nur noch, was der Palikola kriegen kann. Alter, ich bin ja eigentlich schnell zurück. Ja. Jetzt müssen wir ja zu der anderen Dossi umfahren, ne? Ja, die Gange. Das seid da, das seid da. Ach so, das ist das. Schnitter Kapuze. Alter, die Waffen, alter. Für ein Ding ist ja auch heftig. Na sicher. Für einen Palikola, die hat 70 Nahkampf. Sechs sind zwar nur vorne, aber sieh. Das hab ich grad geschaut noch. Man, der Helm und das ist... Ihr könnt ja nämlich seine Rüstung machen. Ja, die ganze Rückenpanzer. Und die Waffen könnt ihr auch machen. Mit dem Hammer. Ja, wie mehr denn der Gigante? Ja, ein bisschen fahren wir, ne? Das wird nix anders gehen. Ja, da unten, ne? Boah, aber jetzt... 70 Angriffe. Ja, das ist die... Ja, voll arg. Die Mary Jane. Ja. Die werden wir mal fragen, ne? Jetzt sind wir gleich mit wieder. Ja. Ist die überhaupt noch in der Sitzung? Ja, sicher. Kannst du da keine Freundschaftsanfrage schicken, oder was? Nicht. Die hat keine Primärgruppe. Mary Jane out. Heißt die dann so auf Steam, oder was? Hm, nicht umgekehrt. Warte mal. Status und Online-ID ist das noch ein. Mary Jane, wo ist denn die? Warum sind die anderen weiß? Der eine gult und die anderen grün. Eingefirbt, die Leute. Ja. Mary Jane, Mary Jane. Ja, da hast du die Dinge out, ja. Mary Jane out. Ist die auf Steam, oder was? Schön, und... Jetzt sollten wir uns als Freund dazu suchen. Ja, es hilft dir nichts. So. Na. Ich werde da jetzt einmal kurz beenden. Mhm. Und dann... Schauen wir weiter. Okay. Ja, ja. Dann passt das. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.